hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen video auf der autobahn mit dem handy in der hand na wenn das mal nicht 100 euro kostet 128 euro 50 um genau zu sein ich bin auf dem weg zum tim der mann der mich zum goldwaschen gebracht hat wir fahren auch ein bisschen zum goldwaschen zum buddeln heute möchte ich ein kleines interview mit dem machen wie er zum goldwaschen gekommen ist in österreich etc vielleicht interessiert das ja den ein oder anderen dann möchte ich ein zwei genau zwei fertige nahrungen zwei m res mit ready to eat von den amis ausprobieren und möchte euch zeigen wie das funktioniert wie man sowas warm macht da wir in nächster zeit in letzter zeit und in nächster zeit und sehr oft von mrs ernährt haben dank der tschechischen republik wo wir wieder waren ja und dann möchte ich euch noch zeigen wie ich die stellen aussuche bei denen ich buddel hört sich alles wahnsinnig viel an ist nicht so viel und jeder dem dem das thema goldwaschen mre und wie jemand zum goldwaschen kam nicht irgendjemand sondern der thema der ist herzlich eingeladen sich das video anzusehen und mir bleibt wie vor jedem video wieder einmal nur zu sagen viel spaß dabei hallo das ist der tür der hat mit zum goldwaschen braucht der stoff wegsdorf aufs video ist er schon wir haben eine neue stelle aus erkoren der buch schaut super aus und da gehen wir jetzt runter oder ich sage euch natürlich also der tim und immer sind jetzt in dem kleinen örtchen ja von wegen gibt es ja sowas von vergessen na passt alles da ich melde mich wenn wir dann unten sind und wir werden jetzt hier mal schön schauen wir mal was wir durchhauen bis gleich so jetzt schauen wir uns mal die gründe warum wir daher gekommen sind alles durchzogen mit quarz wir haben überall haben wir die wellen drin sieht man hier brutal geil heißt mit viel der felsen ist mit sehr 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 viel druck entstanden und wie gesagt überall über die quarts dinge drin und der tim heute schon gar nicht mehr aus dem städter schon im regen machen uns den gold gräber tanz gehen wir runter hier ist das zeige immer noch nicht unten oder was verkackte amateure und zwar den knacket gefunden er glückte wieder so ihr lieben wir haben jetzt ein paar stellen ausgewaschen und waschen dem ist oder hinten wir haben schon die ersten goldfunde beim anwaschen geile steine aber das nicht in der außenlinie war glaubt oder hinter alter schwede wir holen jetzt einmal das zeig rauf und dann schauen wir mal ach wo ist denn unser zeig so läuft das bei mir also gehen wir aufführen ja eigentlich wollte ich ein interview mit dir führen aber aber dann gehen wir lieber gold waschen alles hinauf naja sieht man ok aber wie du schon so viel kleiner aus besser das ist riesig gigantisch das müssen 3 mm sein so meine lieben ich melde mich jetzt noch mal weil ich nämlich gleich keinen akku mehr habe von der kamera und wenn das nämlich der fall ist verabschiede ich mich jetzt gleich schon mal und das ergebnis sehen wir dann wenn wir es daheim ausgewaschen haben dann habe ich das handy wieder aufgeladen Tim falls mein ding ausgeht sag servus ja ich kann jetzt noch eine halbe stunde so drauf filmen oder wir waschen jetzt den rest mal aus check rest auswaschen check check brattern fischi 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 telefon wir sind übrigens fertig guldgräber tv hallo 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 wir fahren jetzt warm richtig ja was du jetzt noch können wir was achso gut richtig ja Tim telefonieren ja ja also noch ein bisschen akku so jetzt fahren wir wieder vor dem wunderschönen gelb gold gold gräber tag bis dann ich verabschiede mich nochmal geht's raus genießt die natur nehmt eure kinder macht was draußen aber treibt es nicht zu wild sagt nature chillt so dann das das ist das Sehr das wird nicht war das der